Herzlich willkommen, liebe Werder-Fans, hier aus dem Wohnen-West-Weserstadion. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer lockeren Frage- und Antwortrunde mit der Geschäftsführung unseres geliebten Vereins, des SV Werder Bremen. Wir haben ein paar Fragen aus der Florian-Wellmann-Community zusammengetragen, die ich heute Abend an unsere Geschäftsführung herantragen darf. Und ey, wir sind in einer heißen Woche unterwegs, wir sind im Saisonfinale, wir haben das Heimspiel gegen Regensburg vor der Brust. Und eigentlich müsste man sagen, sind wir in einer sehr aussichtsreichen Position. Und ich kann mir vorstellen, dass die Stimmung gerade auch im Verein so ein bisschen ein Mix ist zwischen Vorfreude, Euphorie, aber irgendwo auch Nervosität und Anspannung. Und dass sich die Geschäftsführung einfach in dieser Situation unseren Fragen stellt, ist großartig. Wir haben ein bisschen was zusammengetragen und wollen euch natürlich auch ein bisschen zu Wort kommen lassen und kennenlernen heute Abend. Lieber Hubertus, wie nimmst du gerade die Stimmung im Verein wahr, wenn du jetzt auf das Wochenende schaust? Ja, du hast es ja gerade in deiner Frage schon ganz treffend wiedergegeben. Das ist tatsächlich eine richtige Mischung. Ich bin ja auch viel im Kontakt mit Mitgliedern im Verein, mit den Abteilungen, die alle sehr gespannt sind und alle auf Sonntag eine enorme Vorfreude haben und alle die Erwartung haben, dass es am Sonntag auch gut geht. Und dasselbe gilt für die Mitarbeiterinnen des Vereins, dasselbe gilt natürlich auch für die Funktionsträger. Aber es ist eben auch unsere Aufgabe und das haben wir immer getan, das richtige Maß zu behalten. Das richtige Maß zwischen der Euphorie, die herrscht, die wir natürlich auch manchmal in uns spüren, aber wir müssen uns auch immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen und sagen, wir wissen ja, wie es laufen kann. Und ich bin seit fast 52 Jahren bei Werder, ich kann fast sagen, ich habe schon fast alles erlebt und alle, die das Spiel gegen Holstein Kiel mitbekommen haben und gesehen haben, was für eine emotionale Fallhöhe man hat, wenn man 2-0 führt und dann das Spiel verliert, wir alle wissen, wie eben Fußball laufen kann. Und deswegen muss man sich immer wieder bremsen, immer wieder fokussieren und sagen, ja, wir freuen uns und das soll und wird auch gut gehen, aber eben auch nur, wenn man nicht schon die Woche vorher feiert, sondern im besten Fall die Woche danach und dann ist es auch in Ordnung. Ich habe das bei mir und auch bei einigen Freunden, die Fans des SV Werder sind, mitbekommen. Also natürlich haben wir uns gefreut nach dem Sieg gegen Aue, aber man muss dann auf sich selber achten, dass man nicht irgendwie leichtfertig wird und so tut, als hätte man den Aufstieg in der ersten Liga schon in der Tasche. Es kamen ein paar Fragen rein, Hubertus, die dich als Präsident betreffen, beziehungsweise deinen Arbeitsalltag. Du bist Geschäftsführer, du bist auch Präsident unseres Clubs. Gibt es so etwas wie einen Standard-Arbeitsalltag des Präsidenten? Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn du so morgens in den Tag aufbrichst? Was passiert da? Ja, einen Standard-Arbeitsalltag habe ich noch nicht erlebt bei Werder Bremen. Es ist so, dass ich mir häufig auch etwas vornehme für den Tag und natürlich auch immer relativ weit im Voraus gebucht bin mit Terminen, Meetings, Gesprächen, weil wir natürlich auch permanent im Austausch sind auf verschiedenen Ebenen. Aber natürlich, dass Leben immer ein anderes ist und das Leben viele Überraschungen bietet, insbesondere bei Werder Bremen. Jeden Tag kommt was Neues rein und man nimmt sich Dinge vor und manchmal hast du abends einen Tag, da bist du zu vielem gekommen und hast viele Gespräche geführt, aber das, was du eigentlich machen wolltest, dazu bist du gar nicht gekommen. Das ist tatsächlich so und du hast es angesprochen. Ich habe jetzt eine Doppelfunktion, Präsident des gemeinnützigen Sportvereins mit 40.000 Mitgliedern und sechs sehr agilen Sportabteilungen zu sein und auf der anderen Seite als Geschäftsführer für einen Bereich zuständig zu sein, der nicht so im Fokus steht wie Frank und Clemens, die sozusagen das Kerngeschäft der Bundesliga mit der Sportlichkeit betreiben und alles, was sie tun, jeden Tag, jede Trainingseinheit, jede Bewegung da sozusagen aufgezeichnet, und bewertet wird oder Klaus, der eben viel Geld reinholt und Sponsoren und Marketing macht und sich um ganz, ganz viele Dinge kümmert. Und meine Aufgabe ist ja nicht so öffentlichkeitswirksam. Ich kümmere mich um die Geschäftsbereiche, die eher lautlos funktionieren und nur dann auffallen, wenn sie nicht funktionieren. Also ich bin zuständig für Sicherheit, für Infrastruktur, dafür, dass wir hier, wenn wir eine Großveranstaltung mit 42.000 Leuten haben, dass alle hier sicher reinkommen, sicher versorgt werden und auch sicher wieder nach Hause gehen. Und wenn dann die Dinge nicht klappen, weil bestimmte Dinge nicht gut organisiert sind, dann heißt es, wer ist eigentlich dafür verantwortlich. Also deswegen meine Aufgabe ist da dann an dieser Stelle etwas mehr im Hintergrund. Ich bin auch für die Fanbelange zuständig, das heißt sowohl für die Kommunikation mit den Fanclubs, aber eben auch mit den Ultras. Und dieser kommunikative Weg ist natürlich manchmal ein bisschen aufwendiger als mit anderen Fangruppen, weil sie eben sehr hohe Ansprüche stellen, sehr kritisch sind und uns auch immer wieder hinterfragen. Und das ist sehr aufwendig. Also ich habe da schon ein paar Dinge mehr. Das gesamte soziale Engagement, unser CSR-Engagement, obliegt meiner Verantwortung. Die Verwaltung des Vereins, die Liegenschaften, all das muss organisiert sein. Und wie gesagt, die Abteilung, da ist immer was los. Da gibt es Themen, wie man Spielbetrieb, Übungsbetrieb organisiert, wie die Hallen auf Vordermann gebracht werden. Und ich darf nicht unerwähnt lassen, wir haben ja auch noch drei Sportarten, die wir verantwortlich organisieren, die jenseits des Profifußballs laufen. Wir spielen mit den Handballdamen in der zweiten Bundesliga. Wir spielen mit den Tischtennisherren in der ersten Bundesliga und mit dem Schach in der ersten Bundesliga. Und wir haben auch noch den Frauenfußball, mit dem wir auch Gott sei Dank auch in der nächsten Saison erste Bundesliga spielen. Also da kommt, um es vorsichtig zu sagen, keine Langeweile auf. Wir haben einiges zusammen. Ja, vielen Dank für diese interessanten Einblicke. Wir haben bei uns in der Runde auch den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Klaus Füllbrich. Bevor wir vielleicht auf das aktuelle Geschehen schauen wollen und dann auch ein bisschen in die Zukunft. Unser Verein hat ja irgendwie eine verrückte Reise hinter sich jetzt über die letzten Jahre. Es ging dann runter in die zweite Liga und jetzt haben wir eine gute Situation, den Wiederaufstieg hinzubekommen. Was sind denn vielleicht so, Klaus, die Learnings aus dem, was wir die letzten Jahre so erlebt haben? Ihr habt sicherlich auch hier die ein oder andere Krise miteinander reflektiert. Was würdest du sagen, kann man lernen und in Zukunft besser machen? Erstmal danke, dass ich hier sein darf und auch ein Novum erleben darf. Ich bin noch nie in meinem Leben von einem Pastor interviewt worden. Heute ist soweit. Ich fühle mich a gewertschätzt, geehrt und natürlich auch sehr gut aufgehoben und ich hoffe, dass uns das gut durch die Woche tragen wird. Ich spreche auch gerne in Schlusssägen nachher. Das ist überhaupt kein Problem. Und ja, natürlich haben wir zwei intensive Jahre hinter uns. Einmal Relegation, einmal Abstieg und jetzt eben auch Wiederaufbau. Und gewisse Lernerfahrungen sind da. Eine Lernerfahrung ist sicherlich finanzieller Natur, dass man vielleicht auch ein zu hohes Risiko nach dem achten Platz eingegangen ist, den wir damals unter Florian Kohfeldt noch erreicht haben und vielleicht den einen oder anderen Transfer hätten machen sollen. Das haben wir nicht gemacht, weil wir die Mannschaft zusammenhalten wollten, weiterentwickeln wollten. Wir hatten dann ein großes Verletzungspech. Wir hatten dann eine Pandemie. Die kann man nicht planen. Die hat sicherlich auch nochmal die Krise beschleunigt. Und aus dieser Situation, Pandemie, vielleicht auch ein zu hohes Risiko, haben wir eine extrem herausfordernde Situation gehabt mit einem Abstieg. Und die Lernerfahrung ist trotzdem auch für mich, dass die handelnden Personen, gerade auf der sportlichen Seite, vielleicht auch mal im Nachhinein, und das ist immer auch etwas im Nachhinein, man muss das immer betrachten, wenn man die Entscheidung trifft, trifft man sie aufgrund Analysen, aufgrund von auch Erwartungshaltung und Meinung. Und im Nachhinein passieren dann eben auch Dinge anders. Aber dass die sportlich Verantwortlichen schon sehr intensiv auch an diesem Wiederaufbau gearbeitet haben und mit unfassbar ruhiger Hand an dicken Fell uns auch jetzt wieder in diese Erfolgsspur zurückgebracht haben. Wir haben uns finanziell wieder stabilisiert. Wir werden als einer der wenigen Vereine ein positives Geschäftsergebnis jetzt dann auch für die aktuelle Saison ausweisen. Und wir haben in der vergangenen Saison als einer der ganz wenigen Vereine von allen 36 Vereinen in einer Saison, wo es überhaupt keine Zuschauer gab, unser Ergebnis signifikant verbessert, immer noch leicht negativ. Aber wo Vereine 75 Millionen Euro als negatives Ergebnis ausgewiesen haben, waren wir bei minus sieben. Also insofern, das sind Lernerfahrungen. Manchmal, wenn man einen Spieler verkaufen kann, da muss man auch darüber nachdenken, sich zu trennen. Vielleicht auch manchmal die Gemeinschaft vor die Performance stellen. Also wir haben sehr vertikal in der Performance, ob das jetzt Ernährung, Athletik war, in dem Jahr gearbeitet. Auch das haben wir damals sehr ehrlich auch für uns analysiert und gesagt, vielleicht waren wir da zu ehrgeizig und haben viele Muskelverletzungen bekommen. Das sind Lernerfahrungen. Aber ich glaube, die größte Lernerfahrung ist, dass man als Verein zusammengeblieben ist, dass man mit Mitgliedern, mit Aussichtsrat, mit Geschäftsführung diesen Weg gemeinsam weitergegangen ist, gute Entscheidungen am Anfang der Saison im sportlichen Bereich getroffen hat und heute wieder eine Euphorie in Bremen verspürt, die Aufbruchsstimmung ist, die finanzielle Stabilität bringt und die, wenn wir den richtigen Fokus und den göttlichen Ballstand diese Woche haben, dann auch hoffentlich in einem Erfolgserlebnis am Sonntag enden wird. Ja, vielen Dank. Also ich habe jetzt tatsächlich von einigen meiner Freunden und Kollegen gehört, dass es irgendwie mehr Spaß macht, in der zweiten Liga zu gewinnen, als in der ersten zu verlieren. Das hat sich so ein bisschen angefühlt über das vergangene Jahr, aber wir alle haben, glaube ich, Bock auf die erste Liga. Und ja, bei uns in der Runde haben wir auch den Sportchef Frank Baumann. Frank, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Zu unserer etwas verrückten Reise gehört ja auch, dass wir im Laufe der Saison das Trainerteam durch eine kuriose Situation austauschen mussten. Du hast ja aber auch immer einen sehr guten Blick auf das, was die Trainer so wöchentlich tun. Würdest du sagen, dass du Unterschiede feststellst jetzt zwischen Ole Werner und Markus Anfang, wie das Team arbeitet und auch die Mannschaft gewinnt? Ja, erstmal schönen guten Abend von meiner Seite auch. Ich freue mich auch, hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung in diesem illustrigen Kreis und ich freue mich auf einen sehr, sehr netten Abend. Ja, es gibt mit Sicherheit einige Unterschiede zwischen Markus Anfang und Ole Werner. Das ist so. Ich will aber gerne erstmal auf die Gemeinsamkeiten kommen, weil die sind gar nicht so gering. Es ist ja bekannt, dass sowohl Ole Werner als auch Markus Anfang eine gemeinsame Vergangenheit sogar auch in Kiel hatten. Auch alle drei Co-Trainer haben eine Zeit in Kiel verbracht und sogar zusammengearbeitet. Und da ist es eben so, dass Ole Werner ein junger U23-Trainer war und sehr viel bei Markus Anfang, der damals die Profis von Kiel aus der dritten Liga in die zweite Liga geführt hat und fast auch in die erste Liga geführt hat, sich abgeschaut hat, sowohl was die Spielidee betrifft, als auch die Trainingsarbeit. Und da ist es schon so, dass man sehr, sehr viele Parallelen feststellen kann, was uns definitiv auch geholfen hat. In dieser unruhigen Phase, als wir den Trainerwechsel vornehmen mussten, dass die Mannschaft, die ja sowieso viele Wechsel hatten, dazu nochmal zwei Interimstrainer in der Übergangszeit hatten, dass da jetzt nicht nochmal eine ganz neue Spielidee auf sie zugekommen ist, dass die Abläufe in den Trainingseinheiten, in der Vorbereitung auf den Gegner, da sind Markus und Ole sich schon sehr, sehr ähnlich. Das hat, glaube ich, auch Ole und der Mannschaft sehr, sehr geholfen. Was schon unterschiedlich ist, dass Markus als Rheinländer deutlich emotionaler ist, Ole als Norddeutscher, dort, glaube ich, etwas unaufgeregter an gewisse Dinge geht, was der Mannschaft, glaube ich, auch nochmal eine gewisse Ruhe, eine gewisse Stabilität auch gegeben hat. Und das sind, glaube ich, so die größten Unterschiede zwischen den beiden. Ole ist jemand, der analytisch auch sehr, sehr gut ist, der im Training, in den Spielen letztendlich auch, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Mannschaft hat, sehr, sehr schnell erkennen kann, wo Probleme liegen. Aber, was auch eine große Stärke von ihm ist, direkt auch Lösungen parat hat, die der Mannschaft auch einfach, schnell und gut auch vermitteln kann. Und insofern sind wir sehr, sehr froh und glücklich, dass Ole unser Trainer ist. Ja. Jetzt kamen natürlich auch einige Fragen rein, die jetzt irgendwie das Wochenende betreffen und dann die Perspektive der Zukunft. Deswegen nochmal an dich, Frank. Wenn wir jetzt, vorausgesetzt der Aufstieg funktioniert, und wir finden uns im nächsten in der ersten Liga wieder, was würdest du, was könnten wir als Verein denn so als Ziel ausrufen? Das wäre vielleicht so eine Frage, die reingekommen ist. Und Meister werden wir natürlich jetzt hören, ist ja klar. Und was ist die Strategie im Falle eines Nichtaufstieges? Ja, ich muss da leider ein bisschen enttäuschen. Wir wollen einen Schritt nach dem anderen gehen. Und der erste Schritt, bevor wir uns über Ziele in der Bundesliga unterhalten, ist wirklich den notwendigen Punkt am Sonntag noch holen. Da gilt jetzt der ganze Fokus drauf. Und ich glaube, da ja auch der Talk vielleicht in der Öffentlichkeit dann auch übertragen wird, wird es glaube ich nicht helfen, wenn man jetzt über eine Zielsetzung in der nächsten Saison, egal ob erste oder zweite Liga spricht, sondern wirklich, wir haben so viel Arbeit in die Saison investiert. Die Mannschaft hat wirklich einige schwierige Phasen überstehen müssen. Es war relativ unruhig, war schon natürlich viel Drubel, viel Wechsel innerhalb der Mannschaft. Die Mannschaft hat ein bisschen Zeit gebraucht, sich zu finden, hat dann wegen diesem Trainerwechsel noch viel Verletzungspech am Anfang der Saison von wichtigen Spielern auch weggesteckt und so viel Arbeit investiert. Ich glaube, im November haben wenige damit gerechnet, dass wir am vorletzten Spieltag oder vor dem letzten Spieltag es wirklich noch in der eigenen Hand haben. Und das wollen wir natürlich auch nicht so herschenken. Und insofern kompletter Fokus in dieser Woche auf das Spiel am Sonntag. Ja, vielen Dank für diese ehrlichen Einblicke. Und ich meine, aus der Florian-Wellmann-Community verstehen wir uns ja auch als Fans und Supporter des Vereins. Und wir wollen den Fokus bewahren und wollen dann am Sonntagnachmittag ordentlich feiern. Ist doch klar. Bei uns in der Runde haben wir auch Clemens Fritz, Leiter der Lizenzabteilung. Clemens, wenn du so auf die Mannschaft schaust, gibt es jemanden, der dich besonders von den Spielern positiv überrascht hat in dieser Saison? Und eine zweite Frage hinterher, wie findest du unser Sturm-Duo? Duxch und Füllkrug, ich erinnere mich, dass wir im letzten Jahr dir die Frage gestellt hatten, wo du dir wünschen würdest, wer denn der Torschützenkönig wird in dieser zweiten Liga-Saison. Jetzt ist unser Duo gut unterwegs, die spielen fantastisch zusammen. Was ist denn der Schlüssel auch ihres guten Zusammenspiels aus deiner Sicht? Ja, von meiner Seite. Hallo, guten Abend. Ich freue mich natürlich ebenfalls, dass ich hier sein darf heute. Ich will eigentlich auch gar keinen aus unserer Mannschaft herausnehmen. Ich glaube, man kann unserer gesamten Mannschaft ein Kompliment machen. Wir hatten mit viel Unruhe zu kämpfen, mit vielen Unannehmlichkeiten. Wir haben im vergangenen Sommer eine Mannschaft vorgefunden, die sehr verunsichert war, in der wir extrem viele Wechsel hatten. Wir auch lange nicht wussten, wie die Mannschaft dann im Endeffekt auch aussieht. Wir hatten Spieler, die noch für uns gespielt haben, die dann, nachdem das Transferfenster zu waren, verkauft waren, neue Spieler dazugekommen sind. Und es hat auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis sich die Mannschaft findet. Die Mannschaft muss ein Gefühl für sich bekommen, aber auch für die Liga natürlich. Das war extrem entscheidend. Und ich glaube schon, dass die Mannschaft gerade in dieser Zeit auch sehr eng zusammengewachsen ist. Deswegen von meiner Seite ein großes Kompliment an die gesamte Mannschaft, ohne da jetzt irgendjemanden herausnehmen zu wollen. Und natürlich sind wir jetzt kurz vor dem Ziel. Es ist noch ein extrem großer Schritt. Mir ist es auch in den vergangenen Tagen jetzt auch, oder beziehungsweise heute. Gestern Abend ist es zu viel. Ja, wir brauchen ja nur noch einen Punkt. Und das ist genau das Gefährliche. Also es ist schwieriger, auf einen Punkt zu spielen, als auf einen Sieg. Von daher sollten wir das, ihr könnt das alle so für euch behalten, aber gerade innerhalb der Mannschaft ist es extrem wichtig, dass wir das auch aus den Köpfen kriegen und genauso intensiv arbeiten wie in den vergangenen Wochen. Ja, Duxchi und Fülle. Also ich bin nicht überrascht. Wir wussten schon um die Qualität. Ich weiß auch damals, dass natürlich auch ein Stück weit Kritik kam, wie wir denn so viel Geld für einen Stürmer aus der zweiten Bundesliga zahlen können. Aber man muss sagen, er hat sich super eingebracht. Und ich glaube, was extrem schön ist zu sehen, dass die zwei sehr gut miteinander harmonieren. Während Niklas, er der ist, der vorne die Räume bespielt und Marvin so ein bisschen sich drumherum bewegt, sich die freien Räume sucht. Man sieht auch, Egoismen spielen keine Rolle. Beide legen den Ball ab. Es ist auch immer wieder schön zu sehen, wenn wir einen Elfmeter haben, da wird sich kurz abgesprochen, wer sich besser fühlt. Und der andere schießt dann eben. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, gerade wenn du als Mannschaft auch erfolgreich sein willst. Hier kam eine Frage rein, auch konkret an dich, was so in deiner Erinnerung als Werder-Spieler für dich das beste Spiel in diesem Stadion gewesen ist, das größte Spiel. Und ob du auch die Hoffnung hast, dass wir in Zukunft hier wieder so große Abende und auch Nachmittage bei uns im Wohnen- und Westwesach-Stadion erleben. Es sind nicht immer die größten Spieler. Für mich ist das Spiel, was in meiner gesamten Werder-Zeit am tiefsten hängen geblieben ist, 2016, Eintracht Frankfurt, wir mussten gewinnen. Eintracht konnte auf Unentschieden spielen, den hätte einen Punkt gereicht. Das hat man auch gemerkt in dem Spielverlauf. Sie sind ja immer weiter dann Richtung eigenen Sechzehner gegangen. Ich glaube, wir haben das Spiel auch hoch verdient gewonnen. Und einfach auch zu sehen, diese Wichtigkeit von diesem Spiel, diese Klasse damals auch zu halten, und was danach auch hier im Stadion los war, das war was ganz Besonderes. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, wenn wir sowas Besonderes auch zeitnah wieder erleben. Absolut. Hier kam eine Frage rein für dich, Frank. Wer denn im Laufe deiner Spielerkarriere so der beste Mitspieler aus deiner Sicht gewesen ist? Und was natürlich sinnvoll ist, dass du jetzt Nelson Valdez sagst, weil der bei uns heute Abend in der Runde dabei ist. Also nehmen Clemens und nach Nelson. Ja, es ist ganz schwierig zu sagen, weil ich hatte das Glück, sowohl mit Werder als auch in der Zusammenmannschaft mit vielen großartigen Spielern, mit vielen großartigen Persönlichkeiten zusammenspielen zu dürfen. Und auch da, wie Clemens jetzt gerade gesagt hat, er möchte jetzt aus der heutigen Mannschaft keine rausnehmen. Es ist natürlich nicht ganz so leicht. Ich würde mich da trotzdem nicht vor eine Antwort drücken wollen und zwei Namen mal herausstellen, die für mich so den größten Einfluss vielleicht auch hatten. Der eine vielleicht in der Kabine als Typ, obwohl er vielleicht gar nicht so lange bei Werder war, vielleicht nicht den großen Erfolg, die Erfolge feiern konnte. Der andere schon auch auf dem Platz die Mannschaft absolut geprägt hat. Der eine ist Julio Cesar, der 99, kurz nachdem ich zu Werder gekommen bin, als junger Spieler dort jemand verpflichtet wurde, der seine Karriere eigentlich schon beendet hatte, der mir in der Saison wirklich als Nebenmann in der Viererkette extrem geholfen hat. Und ich habe nie ein Spiel erlebt, obwohl ich, wie gesagt, mit einigen wirklich großartigen Spielern und Persönlichkeiten zusammengearbeitet habe, der so eine Ausstrahlung hatte. in der Kabine, wenn er in der Kabine wurde, da war eine Ehrfurcht praktisch vor dem Typ, obwohl es zwar ein Bär von einem Mann war, aber wirklich eine ganz tolle Persönlichkeit. Der war auf dem Platz auch, wenn eigentlich schon seine große Zeit vorbei war, er auch mit Verletzungsproblemen zu tun hatte, eine unheimliche Aura, Ausstrahlung hatte. Das war schon sehr, sehr beeindruckend und hat mir damals extrem geholfen, hier sich zurechtzufinden. Der andere ist Lechef, der wie kein anderer, glaube ich, eine Mannschaft auf dem Platz geprägt hat, mit seiner Art zu spielen und der einfach eine hohe Qualität hatte und vor allem, was ihn vielleicht auch ein Stück weit von Diego unterschieden hat als Beispiel, Mesut war vielleicht so ein bisschen eher wie Johan, der die Mitspiele einfach besser gemacht hat, wenn man bei Joe als Stürmer mit ihm spielen durfte und Nelson kann davon ja auch erzählen, dass das für einen Stürmer schon noch wichtig ist, was kommt da dahinter eben auch und dann muss man sagen, war Joe schon eine unfassbare Persönlichkeit, der ein genialer Fußballer war und glaube ich, die große Zeit unter Thomas Schaaf damals wirklich mitgeprägt hat und auch dafür gesorgt hat, dass wir so viele Erfolge feiern konnten. Stehst du denn bis heute noch in Kontakt zu einigen aus der Meistermannschaft, zum Beispiel zum Johan Miku? Mit Joe hatte ich jetzt, glaube ich, auch letztes Mal vor der Pandemie Kontakt, auch das natürlich ein bisschen eingeschlafen, aber natürlich haben wir immer wieder mal Kontakt mit dem einen oder anderen. Es ist ja auch so, dass viele in Bremen hängen geblieben sind oder wie Nelson wieder zurückgekommen sind. Es gibt wirklich hier schön zu leben, schöne Immobilien von Wellmann, Immobilien und insofern gibt es natürlich hier immer wieder Kontakt und wir genießen es dann auch, wenn man wieder mal nach einigen Jahren sich sieht, zusammenkommt und freue mich, wenn wir da auch wieder irgendwann die Double-Mannschaft vielleicht dann auch in Bremen gemeinsam sehen kann und auf die guten alten Zeiten anstoßen kann. Ja, absolut. Ja, ich merke gerade, ich habe, glaube ich, irgendwie bis zu 30 Fragen vorbereitet für heute Abend. Wir schaffen das natürlich nicht alles. Es ist aber super spannend zu hören. Was mich einfach noch so vor der Abschlussrunde interessieren würde, wenn wir jetzt einen Blick nach vorne werfen, vielleicht nochmal an Hubertus und auch an Klaus und wir fangen jetzt nochmal an, so visionär zu denken, ein bisschen zu träumen über die nächsten fünf Jahre vielleicht. Was traut ihr dem Verein zu? Wo könnten wir stehen, wenn sich die Dinge richtig gut entwickeln? Ja, wenn ich den Blick in die Zukunft werfe, dann würde ich jetzt nicht mit dem beginnen, was auf dem grünen Rasen passiert, obwohl alles entscheidend ist, was da unten passiert. Aber ich stelle mir in der Tat einen SV Werder vor, der als Großverein seine Bezüge zum Stadtteil weiterhin aufrechterhält, der auf dem Weg ist zur Klimaneutralität und seine CO2-Emissionen deutlich reduziert. In fünf Jahren noch nicht auf null, aber in acht Jahren vielleicht schon um die Hälfte. Der es weiterhin schafft, das Miteinander zu prägen von Breitensport und Leistungssport, von Amateursport und Profisport und diese Vielfalt sich weiter zu erhalten und der auch für die Menschen immer eine Identifikation geben kann, weil wir nicht nur begeisternden Sport machen, sondern weil wir auch Orientierung geben, Orientierung geben, was Werte angeht, wie wir zusammenleben wollen. Das ist gar nichts Kompliziertes und Schwieriges. Es gibt da so ein paar Dinge, wenn man respektvoll und tolerant miteinander umgeht und wenn man sich von Diskriminierung und Rassismus weghalten kann, dann haben wir eine Grundlage, in der eine Gesellschaft gedeihen kann und der auch Werder Bremen als Leuchtturm wahrgenommen werden wird. Und wenn wir dann noch sportlich erfolgreich sind auf dem grünen Rasen, in der ersten Liga und vielleicht auch in den anderen Sportarten und so weit etabliert haben, dass wir geben diese sportliche Vielfalt und diese gesellschaftliche Vielfalt abbilden können, ich glaube, dann können wir alle sehr, sehr froh und stolz sein, einen solchen Verein zu haben. Ja, das ist so. Mich interessiert noch, wie der aktuelle Stand des Neubaus des Nachwuchsleistungszentrums ist. Wahrscheinlich passt das auch am besten, wenn du die Frage beantwortest, oder Klaus, ich weiß es nicht genau. Ich kann da schon mal, ich habe vorhin noch aus dem Fenster geguckt, da waren noch keine Bagger da, da war ich ein bisschen enttäuscht. Nein, ganz im Ernst, wir sind in einem sehr aufwendigen und auch schwierigen Prozess, weil alle wissen um die Thematik. Wir befinden uns hier im Vordeichland, das ist Hochwassergebiet, wir haben auch eine Vielfalt an Nutzern in dieser Pauliner Marsch, da sind andere Sportvereine, da sind Kleingärtner, da sind auch Naherholungssuchende, es gibt die Anwohner, die auch Rechte haben, die bestimmte Bauten in diesem Gebiet untersagen lassen können. Aber eben Werder Bremen ist hier auch, und zwar seit 100 Jahren. Und es geht jetzt darum, eine wirklich marode, wirklich marode Infrastruktur zu erneuern. Und da sind wir in einem Prozess, weil es nur möglich ist, in einem politischen Konsens mit den Beteiligten, mit der Ortsteilpolitik, mit den Anwohnern, mit der Verwaltung, aber auch mit Senat und den anderen Vereinen hier eine Gestaltung hinzubekommen. Wir haben jetzt ein Begleitgremium, wo wir hoffentlich bald auch in die Öffentlichkeit gehen können, mit einer Homepage, mit der Möglichkeit, sich in diesen Prozess einzubringen und in einen gestalteten Moderationsprozess. Da haben wir jetzt sehr lange dran gearbeitet. Das wird in den nächsten Tagen hoffentlich so weit finalisiert werden, dass wir das auch nach außen kommunizieren können. Aber dann steht da noch nichts. Sondern dann sind wir erst in dem Prozess. Und ich muss zugeben, natürlich sind wir alle ungeduldig, weil jedes Jahr, das wir verlieren, ist tatsächlich ein verlorenes Jahr. Jedes Jahr, in dem die Kabine auf Platz 11 und der Kabinentrakt und das alles nicht verbessert wird, ist auch wirklich etwas, für das man sich manchmal fremdschämen muss. Nelson kennt die Umkleidekabine noch. Ich selber bin 1970 beim SV Werder eingetreten. Ich kenne die Fliesen und ich kenne den Boden und ich kenne die Dusche über den Flur. Also insofern habe ich da viele vertraute Situationen. Ich will damit sagen, das geht so nicht mehr. Und jeder, der das gesehen hat, weiß, es muss etwas passieren und es muss natürlich möglichst schnell passieren. Und das ist die Situation, in der wir sind. Aber es ist eben ein langwieriger Prozess, weil die Interessenlage sehr, sehr gemischt ist und wir am Ende aber doch einen politischen Kompass brauchen, um da durchzukommen. Und da habe ich die große Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass uns das gelingen wird. Ja, vielen Dank für das Update. Macht wirklich Freude, mit euch im Gespräch zu sein. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss noch den Mannschaftskoch des SV Werder mit dazunehmen in die Runde. Jens Wasen ist bei uns. Jens, komm noch dazu. Du bewirtest uns heute Abend mit deinem Team. Vielen Dank dafür. Wie, was macht so den Job eines Mannschaftskochs aus? Also ich weiß gar nicht, was für Fragen mir da kommen, aber wenn ich so an unsere Spieler denke, gibt es sicherlich auch einige mit gewissen Eigenheiten, die ein bisschen picky sind. Gib uns mal ein bisschen Einblick in das, was dich als Mannschaftskoch des SV Werder beschäftigt. Ja, also Eigenheiten haben unsere Spieler gar nicht. Alles Veganer, oder? Nein, noch nicht. Noch nicht. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Wir haben ein, zwei Veganer oder die sich vegetarisch ernähren. Das stimmt schon. Dann haben wir einige, die essen ein bisschen viel Eier. Das haben wir auch schon mitbekommen. Ja, aber im Großen und Ganzen sind die Jungs wirklich ja alles gut, alles wunderbar. Bist du eigentlich auch zu den Auswärtsspielen mit dabei? Nicht immer. Bestimmte Spiele bin ich mit dabei. Auf Schalke zum Beispiel war ich mit dabei. Das war gut. Dann hast du wahrscheinlich nach dem Sieg auf Schalke den Jungs irgendwie ein Cheat essen oder sowas gekocht. Haben wir auch gemacht. Ja, tatsächlich. Wir sind davon ausgegangen, wir gewinnen. Und dann haben wir gleich gesagt, wir machen Döner. Wir haben modifizierten Döner gemacht. Ein bisschen Hähnchenfleisch, ein bisschen Dinkelpita und dann gab es noch ein bisschen Salat dazu und Saziki mit allem rum und dran. Und dann war das eine herrliche Runde Geschichte. Was gibt es denn für die Runde heute Abend hier in der Florian-Wellmann-Loge? Wir haben einmal einen Burger, einen vegetarischen Burger haben wir gemacht und wir haben einen Burger aus Wackio-Fleisch gemacht, was sogar hier aus der Nähe kommt, aus Süke. Ja, und ja, ich hoffe, es mundet allen. Ja, der Appetit steigt auf jeden Fall. Dann leite ich mal ein in eine Abschlussrunde. Ich beginne einen Satz, den ihr dann im Raketentempo, ohne groß nachzudenken, beenden dürft. Lieber Jens, am kommenden Sonntagnachmittag koche ich Pizza. Pizza, Pizza, Pizza und ich hoffe, wir haben ganz viel Hopfenblüten-Tee dabei. Okay, Clemens, wenn der Aufstieg klappt, dann feiern wir gebührend im Im Stadion. Und auf dem Marktplatz vielleicht? Oder wo auch immer? Das weiß ich nicht, da haben wir uns nicht mit beschäftigt. Okay. Ist auch alles im Konjunktiv gesprochen. Frank, mein Highlight am Ende der Saison 2021-2022 war? Hoffentlich das Ende der Saison. Okay. Hubertus, die Arbeit bei Werder Bremen macht mir so viel Freude, weil? Weil ich Werder liebe und stolz bin, Werderaner zu sein. Und Klaus, zu guter Letzt, am kommenden Sonntagnachmittag um 17 Uhr werde ich fokussiert sein, um das Spiel gegen Regensburg positiv zu Ende zu bringen. Okay. Also vielen Dank für diese Runde. Auf einen schönen Abend. Danke sehr. Danke.